Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Stranded Deep. So Leute, ich habe jetzt geladen und unser Schlechtwetterfront scheint weg zu sein. Okay, wir haben jetzt 9 Uhr 6. Uns geht es ganz gut. Das finden wir schon mal gut soweit. So, was haben wir jetzt dabei alles? Feuerzeug, Messer, Axt. Ich habe was gelesen und zwar, wo haben wir noch Steine? Wir müssen doch noch irgendwo Steine haben, oder? Steine, Steine? Was sind Krabben? Wir haben keine Steine mehr, oder wie? Steinchen, wo seid ihr? Die doch nicht respawnen. Hier ist ein altes Kämpfeuer. Also noch mehr Krabben. Krabben haben wir also wirklich mehr als genug. Hier liegt nur unser Brattel drin. Und noch mehr Krabben. Also an Nahrung... Also zu wenig Nahrung sterben wir wahrscheinlich nicht, wenn wir immer ein Feuer in Gang kriegen. Wir haben wirklich keine Steine mehr hier. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Kann ich das jetzt gar nicht zeigen, was ich zeigen wollte? Hm... Hier liegt auch keins mehr, ne? Hä? Hä? Hä, Moment. Wie machen wir das? Wir müssen hier auf eine andere Insel. Nein, halt. Das sollten wir hier... Sollen wir den Sperr hier lassen? Lass ihn hier. Das Feuerzeug tue ich sehr sehr ungern weg. Wenn wir unsere Insel nicht mehr finden, haben wir ein Problem. Lass das Messer noch hier. So, okay. Und dann müssen wir paddeln. Kommen hier noch Steine? Nein. Verdammt verdammt. Okay, wo wollen wir eigentlich hin dieses Mal? Da hinten waren wir jetzt. Da ist noch eine Insel. Da könnten wir hin. So, Schiff. Äh... Kraft, komm mal mit. Wir brauchen Stickies. Komm schon. Na. Komm. Nicht kaputt gehen oder so. Ich weiß nicht, ob das geht. Dass es kaputt geht. Das wäre nicht so gut. Hier ist unser Ziel. Da wollen wir hin. Okay. Und dann wieder unsere Insel finden. Hm. Ob das klappt, ist die Frage. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Okay. So. Jetzt sind wir wieder fleißig am paddeln hier. Sieht nicht so weit aus, die Insel hier. Ja. Muss man immer wieder umschauen. Dass wir auch... Ah ne, das ist... Okay. Wir haben jetzt natürlich unseren Sperr nicht dabei. um uns zu verteidigen von den... bösartigen... Haien. Aber gut. Hm. 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 So. Die ist doch weiter weg wie gedacht, diese Insel. Das ist nicht so schön. Hm. Hm. Naja. Da war doch schon wieder ein Hai. Ich hab dich gesehen, du Zigeuner. Zigeuner. So. Und jetzt weiß ich schon wieder nämlich welche unsere war. Die hier, ne. Die in der Mitte müsste unsere gewesen sein. Wir werden es sehen. Ich lass mich immer von den Haien ablenken. Naja. Naja. Ich hoffe, die nächsten Tag gibt's kein Nebel. Ja. Da ist es nicht. Ich fühle mich unwohl hier auf dem offenen Meer. Ich fühle mich auch unsere Insel Wohle. Aber... Wir brauchen ja Stickies. Ein Holz halt. Das ist ja unschön. Das Gefühl. Von dem Wetter jetzt abhängig zu sein. Hm. Ah, jetzt kommt sie näher. Das ist schon mal gut. Da können wir auf jeden Fall Pallen umschlagen. Das musste nicht das Problem sein. Oder ist das jetzt die Insel, wo wir schon waren? Ne, ne. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht, vor allem. Aber... Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Da ist schon wieder so ein... So ein Hai. Können die nicht einfach verschwinden? Bösartig. Naja, was ist bösartig? Sind sie ja eigentlich gar nicht. Im Prinzip wollen die auch nur überleben, aber... Müssen die immer da sein, wo ich jetzt bin? Finde ich ganz schön frech. Muss ich sagen. Oh, da ist ein Schiff. Das ist gut. Das dauert ganz schön lange hier, das mit dem Gepaddel. Jetzt kommen wir kaum noch vorwärts. Was ist denn los? Ne. Ne. So. Jetzt haben wir es aber geschafft. So, und raus hier. Und... Na. Komm. 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 An Land. Welche war jetzt unsere Insel? Ich denke die da. Oh, oh, oh. Da wohl... Nein, 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 nein. Ich... Ich bin da nicht hoch. Okay, dann schauen wir mal. Gibt es hier was? Was? Ist aber gemein, wenn hier nichts wär. Ist nix. Keine Küste für mich? Ist aber gemein. Naja, dann gehen wir mal zu dem Schiffchen hier. Schauen wir mal, was das uns zu bieten hat. Steine gibt es hier auf jeden Fall. Zack. Und... Hier auf. Oh. Und an den Kopf geknallt. Super. Oh, ein Eimer. Okay. Ein Eimer ist okay. Nochmal sowas. Noch ein Paddel? Brauchen wir noch ein Paddel? Ja, die brauche ich nicht. Definitiv nicht. Okay. Dann geht es hier noch irgendwo nach unten. Jetzt hier. Mal raus hier. Mal einmal ums Schiff. So ein Schiff flott machen wäre auch mal cool. Wenn das gehen würde. Aber... Okay, wir haben jetzt schon einiges. gefunden. Wir haben nur noch drei Plätze für Stickys übrig. Aber okay. So. Sticky. Sammeln wir erstmal die Sticks, wo hier rumliegen. Müssen wir schon keine Baum fällen dafür. Spart Kraft. Und Abnutzung für unsere Axt. Weil wir die ja immer wieder bauen können. Das dürfte ja nicht das Problem sein. Aber... Trotzdem. So. Liegt hier noch irgendwo ein Stick. Oder so. Nein. Da müssen wir doch eine umhauen. Ein bisschen größere Palme am besten. Und die hier sieht doch ganz gut aus. Die machen wir jetzt weg hier die Palme. Das gibt glaube ich das größte Problem hier. Nachschub von Holz. Das wird glaube ich das größte Problem werden. Ganz viel Kokosnüsse. Was uns da entgegen fällt. Dagegen fällt. Das war unsere Insel. Ich hoffe es. Das könnte ein Problem werden unsere Insel zu finden. Ganz ehrlich. Wie viel Uhr haben wir hier? Hm? 14 Uhr 25. Ja. Ich weiß gar nicht wann es dunkel wird. Wir können eh nicht so viel mitnehmen. Ich glaube das können wir noch mitnehmen. Und dann war es das auch schon. So. Gleich müssten wir es haben. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Eimer. Denn... Was ist jetzt? Ist jetzt unsere Axt kaputt gegangen? Nein. Nein. Wir haben nichts mehr dabei. Das ist gemein. Ach nein. Wir können die... Dann nehme ich die Steine wenigstens noch mit. Wo ich hier finde. Das ist jetzt richtig gut. Ist unsere Axt kaputt gegangen? Das ist doch kacke Arsch. Da ist noch ein Sticky. Oh. Das ist jetzt richtig gemein. Ich habe nichts mehr zum... Ja. Da sind wir voll. Nur noch Platz. Noch zwei Stickies würden gehen. Hm. Nein. Steine können wir nicht mehr. Das ist jetzt ärgerlich. Aber gut. Diese Insel. Komm. Warum steht unsere Insel nicht mehr? Ich bin nicht einfach alleine. Oh. Hallo? Gehst du mal hoch bitte? Oh. Was zur Hölle? Äh. Wir können natürlich versuchen hier. Den Stamm hier. Hier drin zu lassen. Mitzunehmen. Aber ich bezweifle, dass es geht. So. Wir schwimmen. Wo gehen wir jetzt hin? Die linke oder die rechte Insel? Welche war unsere? Oh. Oh. Da war... Der Stamm ist schon weg. Da ist uns doch erscheinen zu schwer. Was war unsere Insel, Leute? Hau ab, du Hai. Ich hab jetzt keine Nerven für dich. Wir gehen einfach mal in die Mitte hier. Ey, du Hai. Ich mach bald Hai am Spieß. Das verspreche ich dir, mein Freund. Warte nur. Warte nur ab. Hai am Spieß. Das wär mal was. Ich möchte nach Hause finden. Ich hoffe, das war unsere Insel da. Diese Haie in diesem Spiel. Ganz schön. Ganz schön frech. Hier sind so viele Inseln. Wie soll man da irgendwie das eine finden? Das wäre noch gut eine Karte in dem Spiel oder so. Hm. Kommt ja vielleicht noch rein. Wie gesagt, das ist ja eine ganz ganz frühe Alpha. So. Entweder war es dir oder die linke. Ich weiß es nicht mehr. Die linke sieht jetzt auch viel näher aus. Aber wenn wir es hindrehen, seht ihr? Ist ja auch wieder so weit weg. Ziemlich verzerrt hier die Sicht. Naja. Wir paddeln einfach mal dahin. Wenn nicht, müssen wir weiter paddeln. Aber ich hoffe, wir schaffen das von der Zeit noch. Wie viel Uhr haben wir denn? Auf 16.07 Uhr. Ist mir Zeit nach Hause zu kommen. Hab ich das Gefühl. Diese Ausflüge sind nicht gut. Aber wir brauchen das Holz. Ist doch ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir paddeln an die falsche Insel. Ich weiß nicht wieso. Und wieder ein... Ne. Das war ein Schwertfisch. Wie gibt es Schwertfische? Oh. Ich hoffe, ich habe noch nicht gesehen. Oder ich habe mich jetzt vertan. Und wir haben immer noch keinen Schatten. Also unser Spiel. Also wir in dem Spiel hier. Aber das wird alles noch kommen. Ich finde, im Gegensatz zu der Forest, hat das hier ziemlich wenig Bugs. Wo man wirklich... So richtig Probleme damit haben müsste. Der Forest konnte man ja am Anfang gar nicht speichern. Das war ja ganz übel. Zerpacken. Oh. Da sind wir nicht vorbeigefahren. Ich glaube, wir sind falsch. Da ist so eine Boje. Welches war unsere Insel? War es doch die? Scheiße. Oder ist es die dahinter? Und es wird dunkel. Das ist auch nicht schön. Ich denke, das ist falsch. Aber wir müssen jetzt an Land gehen. Es wird dunkel. Was? Oh man. Was leuchtet denn da an der Insel? Was ist denn das? Ach du Scheiße. Es wird dunkel und wir sind auf offenem Meer. Perfekt. Perfekt. Und es kommt gar nicht näher. Ach du Scheiße. Es wird dunkel und wir sind auf offenem Meer. Ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich gar nicht wohl. Schnell an Land. Ganz schnell an Land hier. Ich hoffe die Haie werden jetzt nicht noch irgendwie angriffslustig hier. Sollen wir unsere Insel wieder finden? Hm. 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 Ich glaube nicht, dass es unsere ist. Oder? Hm. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. So. Wir sind an Land. Zumindest das hätten wir. So. Wir haben es an Land geschafft. Das ist schon mal gut. Aber wir sind nicht auf unserer Insel. Das ist eher schlecht. Hm. Kann ich hier rumrennen? So panisch wie ich will. Aber. Das ist nicht unsere Insel. Das finde ich nicht gut. Gibt es hier wenigstens was für meine Mühen? Hier waren wir schon. Hä? Sind wir jetzt an die andere Insel gefahren oder was? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt sind wir jetzt an die Insel gefahren, wo wir schon waren. Was hat da geglänzt? Das war nur Spiegelung. Jetzt bin ich total verwirrt. Welche ist denn unsere Insel? Werden wir es rausbekommen oder nicht? Finde ich jemals wieder zurück nach Hause. Wenn ihr es wissen wollt, schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Haut rein. Ciao.